Herzlich willkommen zu den Olympischen Spielen, ach ne, Wolfstream, Wann und Wer, heute wieder Sonntag, 17 Uhr mit mir und dem Baum und dem Olympischen Feuer hier in Rio. Mir ist total warm. Ja, mir auch. Klingt aber daran, dass ich hier alles zugemacht habe. Ja, ja. Oh. Richtig ausgemacht. Ja, muss einer wieder nach Griechenland. Muss er neu holen. Au! So. Ähm. Ja. Äh. Streamplan oder hast du noch was Wichtiges? Ach, 50.000 Klicks. Danke an euch da draußen. 50.000 Klicks haben wir erreicht bei uns hier auf unserem YouTube-Channel. Episch. Wer hätte das gedacht, damals vor 47 Jahren, wo wir angefangen haben? Unglaublich. Ja. Hätte ich nicht, hätte ich echt nicht gedacht. Nee. Ohne Scheiß. Stell dir mal vor, ähm, welches Stadion hat 50.000? Boah. Bönenfalltor. Nee. Sanctiago Bernabeu zum Beispiel. Haben die nicht 50? Die haben sogar 100.000 Plätze, aber... Stell dir mal vor, wir hätten eine Nacht da, oder eine Nacht, ähm, einen Aufbau. Auftritt und da sind 50.000. Ja. Wahnsinn. Grandios. Wow! Da schlackern wir die Eier. Aber es hat sich gelohnt, dass ich 48.000 Mal immer das Video geguckt habe. Dass du 48.000 Mal auf F5 gedrückt hast. So. Äh, Scherz beiseite. Ja. Ähm, Streamplan. Wir haben was ganz Tolles für euch vor, mit euch vor. Am Montag ist wieder Zeit für ein Community-Daddel-Abend bei GTA. Ähm, wenn du dich angesprochen fühlst und du hast Zeit, so circa zwischen 19 und 19 und 30. Wir machen nämlich ein Wettring. Ich oder Baum, wer als Erste zu Hause und fertig die Zähne geputzt hat, der macht den Stream an und der streamt. Und wenn wir Pech haben, machen wir das beide zusammen in einem Bild. Oh, oh. Mit dem da. Ähm, also wenn du dich angesprochen fühlst, ähm, mitzuspielen, Xbox One, GTA, schreib dein Gamertag einmal hier unten rein. Oder sei einfach im Twitch-Chat aktiv mit deinem Gamertag. Aber wäre gut, wenn du das hier schon tätigst. Ja? Plätze sind begrenzt. Dann könnten wir dich schon vorher einladen. Oder wissen schon mal Bescheid und was weiß ich. Ja? Aber bitte nicht über Xbox schreiben. Wir haben die Benachrichtigungen da aus. Wir sehen nichts. Wir sind am Stream. Ja. Ja? Also bitte vorher bei uns rein und dann geht das schon. Okay? Okay, mach ich so. Oder join. Ja, lieber String, mach ich. Also wie gesagt, Montag GTA. Was machen wir am Dienstag? Dienstag, da muss ich das Bild wechseln. Achtung. Boah, krass, das funktioniert ja. Jetzt sind wir hier mittel auf der Rennstrecke. Und zwar, Dienstag gibt's Rocket League. Mal sagen wir mal wieder. Deinogans, wenn du das hier siehst, fühle dich herzlich eingeladen. Du willst doch nur gewinnen. Ja. Klar. Was sonst? Das ist übermenschlich. Warum ist der denn nicht? Nicht bei den Olympischen Spielen. Vielleicht ist er auch bei den Olympischen Spielen eingeladen als Spieler. Ja, Rocket League ist ja eine neue. Ja, ist Olympisch geworden. Ja, wissen viele gar nicht. Aber ist so. Ist so. Kann man ruhig mal machen. Kann man mal machen, ne? Also Dienstag 19, 30, ihr wisst Bescheid mit mir, Rocket League und wahrscheinlich wird McClainchen dabei sein. Und ja, Deinogans, wenn du das hier siehst, fühle dich herzlich eingeladen. Was machst du denn am Mittwoch? Ja, da bin ich mal ganz cool, pack meinen Controller wieder an den PC und spiel Dirt. Rallye. Ja. Ob das wieder gut geht oder nicht, das werden wir dann sehen. Bist du wieder in der letzten Kurve den Unfall und wirst Zweiter? Nein. Nein, nein. Das war davor. Letztens habe ich mich noch beschissener angestellt. Da bin ich kurz nach dem Start schon gewesen. Also das Spiel ist sehr anspruchsvoll. Ich versuche da gut reinzukommen. Ich hoffe es. Mal schauen, wie lange wir das spielen. Weil die Nerven sind dann ziemlich schnell platt. Und ja, dann werde ich dann so den machen, den Harry hier. Ziehe meine epische Trucker-Cap auf. Ich mache jetzt hier Sponsoring by Coke. Und dann fahren wir wieder ein bisschen ATS und schwätzen ein bisschen zusammen. Darauf habe ich Bock. Ist noch mehr viel an der Folge, die wir bei Steam freischalten müssen. Können wir vielleicht eventuell schaffen an dem Abend. Schauen wir mal. Also Dirt Rally und ATS. ATS, die Krankheit. American Trucks mal later für die, die es nicht wissen, was ATS ist. Ich finde, du hast den Truck hier hinter uns. Der steht doch schon für Freiheit eigentlich, oder? Das ist Freiheit pur. Ja. Freiheit pur. Ich hatte jetzt leider kein Bild von deinem Truck, da du mir keins gemacht hast. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das ist ja nicht. Ja. Und ähm. Das ist bestimmt schlimm, aber. Naja. Und wem das am Mittwoch denn alles zu langsam war, der kann den am Donnerstag einschalten. Denn da ist wieder Forza 6 angesagt. Race Night vom Allerfeinsten. Da wird sich wieder gerammt, gehasst und geliebt und in den Arm genommen. Wie am Freitag. Ja. Außer da hat er mir den Arm nehmen lassen wir mal. Ja. Und da trinkt der Profi hier gleich aus einer durchsichtigen Flasche. Also, weil sie grün ist, deswegen ist sie durchsichtig. Stimmt. Echt? Ja. Also, Strinkzerstörer ist der einzige Mensch, den ich kenne, der aus einer durchsichtigen oder aus einer unsichtbaren Flasche trinken kann. Ja. Bin halt ein Wunder, ne? Ja. Jetzt wissen wir schon mal, welchen Hashtag wir für dieses Video nehmen, ne? Ja. Hashtag Wunder. Wunder, ja. Toll. Forza 6. Genau. Gibt es da bestimmte Regeln, macht er das wieder so mit ganz vielen Runden oder mit Boxen? Ja, also mal gucken, wir müssen ja alle Parteien glücklich machen. Die meisten sind auf der Seite, dass wir mit den Boxen-Stops... Hast du den rechten Schwein von der AfD auch? Ja. Wir haben die meiste Resonanz ist ja von den Leuten, dass die sagen, ah geil und so mit den anderen, mit den Runden und so. Und mit den Freakstops. Und dann gibt es auch noch so andere Leute, die sagen, ah ich bin hier zum Spaß haben, auch mal Nummer 5 Runden wäre ganz nett. Deswegen machen wir einen gesunden Mix. Aus beidem, ein Rennen lang, ein Rennen kurz, ein Rennen lang, ein Rennen kurz. So haben wir ein bisschen Abwechslung und so ist auch ein bisschen mehr, ja, auch mal die Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht so der lange Strecken-Typ. Jo, ist auch cool. Ja. Ja, was für mich, da muss ich nicht so lange warten. Ja. So, Freitag wieder GTA heißen mit Team ist zusammengestellt, braucht da nicht mehr reinschreiben. Ich, Kino Mind, Kill Kenny und Tim, Sigtalan. Siggi. Ich kann nicht das machen mit mir. So, ich darf das. Ich habe die Macht des YouTubes-Videos. Darf man das? Genau, so ist es. Darf man das? Tendenz, 20 Uhr, um safe zu gehen. Freitag ist es immer so ein bisschen hektischer für Arbeit und dann weiß ich nicht, wann ich rauskomme, dann ist der Stau, dann ist es dazu und ja. 20 Uhr mit dem epischen Hollywood-Team. Ich hoffe, es wird besser als Freitag. Oh ja. Ich hoffe. Ich weiß nicht. Lach es vielleicht an den Olympischen Spielen? Wahrscheinlich. Lach es an der Erdkrummung? Nee. Lach es an den Tagen von gewissen Personen? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, aber nachher, ich kann poppen. Dafür könnt ihr ja am Montag GTA mit uns spielen. Am Dienstag Rocket beim Baum zuschauen. Mittwoch mir, ja, versuchen wir zusammen den Wagen aus dem Dreck zu ziehen wieder, wenn ich den wieder abgeschossen habe. Donnerstag könnt ihr wieder mit ihm racen und den anderen Haufen und Freitag können wir wieder Hollywood gucken, bei mir. Ist auch eine super Mischung, muss man sagen. Super Mischung. Finde ich auch. Wenn man zwischendurch uns vermisst, dann schaut einfach die letzten beiden YouTube-Videos. Einmal das Best-of und einmal EMP-Abliefer mal anders. Das ist auch schon, EMP-Abliefer ist auch ganz schön durch die Decke gegangen, ne? Da ist einige Aufrufe. Ja, durch die Likes definitiv. Klicks können mehr sein, aber okay, gut, ich kann da nicht, ich hab's für öffentlich, mehr kann ich nicht machen. Ich kann nicht mehr machen, wie ich machen kann. Ich könnte jetzt eine Frau draufpushen oder so. Roten Pfeil und Roten Kreis ist immer ganz wichtig. Roten Pfeil und hier Clickbaits und was weiß ich, aber mach ich nicht. Wenn die Leute das teilen, dann wird's größer, mächtiger. Ja, aber kann ich halt nicht für. Ich hab dafür nur acht Stunden gebraucht und wenn da kaum 100 Flicks kommen, muss ich klarkommen. Ich hab das für euch gemacht, für ein paar gewisse Personen, die das nochmal so episch zusammengefasst haben. Nur so mal so. Nur diese Vorbereitungsmission, EMP abliefern, ne? Also rein, Heck machen und wegfahren. Für diese 17 Minuten Video. Ja. Haben wir allerdings, ich hab nochmal nachgeguckt, eine Stunde, 15 Minuten und 38 Sekunden gebraucht. Nur für diesen Abstand. Leute machen das in sieben Minuten. Ja, naja gut. Ein gut Ding will Weile haben, sag ich immer. Ja, ganz genau. In der Ruhe, nicht die Kraft. Eben, wir sind alle keine Profis, auch Brustlir hat mal klein angefangen. Genau. Richtig. Ja. Gut. Irgendwelche letzten Worte oder werden wir nochmal winken? Äh. Willst du dich nochmal am Finger verbrennen? Ne, ne. Ist schon wieder in Griechenland das Feuer. Achso, okay, gut. Dann winken wir jetzt. Schöne Spiele. Ja. Hat noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns Montag. Wir sehen uns, ja. Ja, genau, Montag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.